Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der AMA News. Ja, ihr seht es schon, Amazon PPC 2022. Wir machen das große Update. Was gab es Neues, was ist aktuell der Trend und was wird wohl relativ zügig noch dazukommen. Bevor wir starten, natürlich immer der Aufruf, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit ihr natürlich informiert bleibt über Neuigkeiten rund um Amazon. Und natürlich diesmal auch ganz, ganz wichtig, wir reden über Advertising und da hat die MLIS Browser Extension absolut ihre Vorzüge im tiefen Einsatz. Reden wir aber später drüber. Jetzt lasst uns loslegen. Wir starten natürlich mit Sponsored Products. Am allgemeinen drei Klangen des Amazon Advertisings hat sich nichts geändert. Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display. Wir reden nicht von sowas wie Amazon PPC, Amazon DSP und Amazon Externer Traffic oder so. Es geht wirklich um die Standards. Ja, als allererstes ganz klar Sponsored Products, Autokampagnen im unterschiedlichsten Ausprägungen mit erhöhen, senken, nur senken oder festen Geboten. Ich bin Fan von festen Geboten. Erste Seite oder Produktseite bis 900 Prozent kann man einsetzen. Man hat kein Reporting hinten raus, was rangezogen wurde, inwieweit. Man hat zwar Performance Ergebnisse jeweils. Ich muss sagen, ich erlebe da aber nicht das große Highlight, dass ich da irgendwas präferieren würde. Es gibt ja ein paar, die sagen, Top of Search konvertiert besser und dies besser und das besser. Kann sein, dass ich da einfach eine viel, viel, viel zu große Produktpaletten immer betreuen darf und da solche Effekte einfach gar nicht aufkommen. Dann haben wir natürlich Standardgebot, Gebot nach Targeting-Gruppen. Hier haben wir den Ansatz mit eng entfernt Ersatz und Ergänzung, was super, super wichtig ist. Wer Feingranula arbeiten will, setzt natürlich eine Autokampagne eng, Autokampagne entfernt, Autokampagne Ersatz, Autokampagne Ergänzung auf, um saubere Messbarkeiten und Steuerungsmöglichkeiten zu haben. Ansonsten alles rein, alles an und dann natürlich Kelms Autokampagnen-System. Das Ganze drei, vier, fünf Mal mit verschiedenen Geburtskorridoren füttern. Auf der anderen Seite ganz normal, Sponsored Products manuell. Am Anfang natürlich genau dieselben Effekte und nach der Keyword-Auswahl gibt es vorgeschlagenes Gebot, individuelles und Standardgebot. Das ist nur in der Anlage mal wichtig, wenn ihr über alle dieselben Gebote legen wollt oder die vorgeschlagenen nutzen wollt oder wirklich individuell für jedes Keyword was setzen wollt. Mehr ist das am Ende nicht, aber das sind die Möglichkeiten. Und natürlich Broad Phrase Exact. Hier bin ich ein Fan von meistens Exact, alles was über drei Wortbestandteile hat und wenn man dann einfach weiß, T-Shirt Damen Schwarz ist so die Hauptphrase und davor kommt vielleicht großes T-Shirt Damen Schwarz oder T-Shirt Damen Schwarz Größe S, dann nehme ich natürlich T-Shirt Damen Schwarz gerne als Phrase rein. Broad bin ich immer noch kein Fan von. Wenn man gute Tools hat, braucht man da eigentlich nicht reingehen. Ja und dann haben wir bei Sponsored Products natürlich den ganzen Bereich bei der manuellen Ausrichtung auf Kategorien. Ja, nicht nur die Produktausrichtung, sondern auch die Kategorieausrichtung, auch wieder mit den Gebotsthemen und dann Ausrichten im Allgemeinen. Hier nur wichtig, denkt dran, nehmt eure Hauptkategorie, den nächsten Pfad, den übernächsten Pfad und dann eure finale Kategorie. Das ist sozusagen wie ein kleiner Funnel von groß zu klein. Ihr werdet es an den Geburtsvorschlägen schon sehen, was das noch beinhaltet und auch die Reichweitenwirkungen sind unterschiedlich. Auf jeden Fall in den eigenen Kategorieblock, wenn ihr euch richtig gelistet habt, die Werbung setzen, aber auch jeweils die größeren davor. Warum nicht? Ja und dann gibt es natürlich noch das ominöse Ausrichten, wo man verfeinern kann. Hier habt ihr dann die Marke, den Preis, die Sterne, das Versandthema, ob Prime, nicht Prime und das Alter, nur bei der Spielzeugkategorie. Hier empfiehlt es sich natürlich schlechter, sternende Produkte zu targeten, wenn ihr jetzt gerade kurz vor Weihnachten auf jeden Fall so die nicht Prime fähigen. Thema Preis, da kann man immer diskutieren. Hier würde ich immer einen Dreieransatz fahren, ähnlicher Preisbereich, plus minus ein paar Euro. Plus minus ein paar Euro heißt bei einem normalen Produkt 20 Euro plus minus 2 Euro. Bei einem 200 Euro Produkt sind diese 10% dann schon wieder 20 Euro. Da hat man andere Spannen. Aber targetet auch hochpreisige Produkte, da wirkt ihr billiger. Targetet auch billige Produkte, dann wirkt ihr als hochpreisiges vielleicht qualitativ hochwertiger. Aber auch wieder alles ausrollen, das macht das Leben einfacher. Und bei der Marke natürlich Eigenschutz, eigene Marke, wenn verfügbar. Aber auch ganz gezielt Wettbewerber angreifen. Ja, dann schon wie erwähnt, Produktausrichtung ist natürlich ganz simpel. Ihr braucht nur die Artikel und dann geht es los. Ja, das war es schon. Sponsored Brands als nächstes würde ich sagen, bevor wir in die finale Zusammenfassung ganz am Ende kommen, auf Einzelebenen. Sponsored Brands, mein Highlight eigentlich schon immer von der Grundkonzeption. Nicht weil irgendeiner Komplexität, da sind die Sponsored Displays immer noch die Königsklasse. Aber Sponsored Brands ist nun mal seit diesem Jahr ganz oben dabei durch das Video. Nebenan natürlich Produktkollektion und Store Spotlight. Store Spotlight, mein absoluter Favorit. Und Produktkollektion mit Shop-Unterseiten auch ganz okay. Aber ich mag es nicht. Du musst ein Logo, Markenname, bis zu drei Artikel der Unterseite, was direkte Artikel sind, eine Überschrift hinterlegen. Ein benutzerdefiniertes Bild ist Pflicht mittlerweile. Finde ich alles nicht so gut von der Grundkonzeption. Auch die eigene Landingpages, wo der Kunde dann auf einen der drei bis zu drei, ihr müsst ja nicht bis zu drei, das wissen immer noch viele nicht, Artikel hinnehmen. Das ist oft zu viel und das muss nicht sein. Ich bin da wirklich ein Fan vom Store Spotlight. Hier kann man die drei Store-Unterseiten mit individueller Überschrift nehmen. Das natürlich perfekt an die Suchintention anpassen. Und ihr kriegt den Traffic nicht auf die Produktdetailseite. Dafür gibt es ja bald eine neue Metrik, die Deep-Page-Views. Sondern die Leute kommen in den Shop-Bereich und du kannst sie breiter abholen. Wenn dann das richtige Produkt hinterlegt ist, ein allgemeiner Ring. Und du sagst dann Ring, Damen, Edelstahl, Ring, Damen, Silber, Ring, Damen, Gold. Können die Kunden jetzt vor dem Klick schon entscheiden, ach ja, ich will Gold. Und landen dann aber nicht auf einem einzigen Produkt, sondern auf dem Unterseitenbereich. Und das ist richtig gut. Noch viel besser natürlich die Video-Ads. Es ist phänomenal. Auf den PDPs sind Videos nicht wirklich zielführend. Das muss man sagen. Die Daten von Amazon sprechen Bände. Aber als Werbemittel funktionieren die sensationell. Das kann man einfach festhalten. Nicht nur das. Es ist davon auszugehen, dass sie im Q1 tatsächlich auch auf Produkte und Zielgruppen kommen werden. Nebenschauplatz. Sponsored Brands. Auf jeden Fall diese ominöse Keyword-Ausrichtung. Und das weiß mittlerweile immer noch niemand. Ich bin immer geschockt. Egal, ob du in den USA oder Europa unterwegs bist. Die Leute benutzen es nicht. Es ist immer automatisiert an, dass Amazon die Platzierung außerhalb der ersten Suchergebnisse automatisch optimieren kann. Und ich bin der Meinung, das sollte man nicht anlassen. Man kann es ausschalten. Das ist der einfache Weg. Das ist sozusagen eine Sicht-Sicherung. Nur wenn du den Schalter drückst, geht es dann auch aus. Und ich finde halt spannend. Du kannst danach sagen, erhöhen oder senken um 0 bis 99 Prozent. Und damit kann man sich gegen jeglichen Wettbewerb sofort einen Vorteil verschaffen. Ich weiß nicht, warum es so viel besser funktioniert als das Thema mit dem erste Seite bis 900 Prozent bei Sponsored Products. Hier ist es so, ich habe richtig, richtig gute Erfahrungen damit und es funktioniert. Wunderbar. Macht euch aber da bitte keine Hoffnung von 0 auf 1 Prozent auf 15 Prozent oder so. Ich setze dann wirklich den Höchstwert rein. Und dann ist gut. Verzehnfacht ja auch nicht wie der Rest, sondern verdoppelt nur. Dann natürlich Keywords, Keywords, Keywords. Hier ist es natürlich super einfach. Ihr nehmt von den Sponsored Products einfach exakt die Keywords. Wenn ihr die nirgendwo habt, macht die Sponsored Product Ad auf. Geht in die Kampagne, in die Anzeigengruppe. Anzeigengruppe auf Ausrichtung und dann seht ihr rechts Exportieren und da holt ihr euch die Worte halt wieder raus. Der Vorteil hier ist, es gibt Broad Plus. Das ist einfach nochmal eine schöne Möglichkeit exakter zu arbeiten. Man fügt wirklich dem Wort ein Pluszeichen hinzu davor. Und wenn ihr sagt, Ring, Damen, Edelstahl, dann machen wir bei Edelstahl ein Plus. Und dann schaltet ihr halt auf Broad. Dann muss Edelstahl drin vorkommen. Das ist also für Material oder für Zielgruppen oder für Funktionalitäten oder ähnliches einfach sensationell gut, um hier mit diesem Broad Modifikator nochmal eine klare Ausspielung zu erreichen für ganz klare Einkaufsanfragen. Setzt das ein. Das ist richtig, richtig gut. Klar haben wir den Bereich Kategorien auch bei Sponsored Brands. Natürlich können wir auch verfeinern. Gibt es auch keine Unterschiede. Und die Produkte hinzufügen. Das ist klassisch. Hier kopiert man sozusagen eins zu eins alles aus der Sponsored Brand an. An A sind es, die man B wirbt und an A sind es, mit denen man wirbt. Und dann ist man da fein raus. Einfach eine gute Excel-Vorlage und fertig. Ja, und zu guter Letzt die Königsklasse. Das ist natürlich Highlife, weil hier alles möglich ist. Von Funnel bauen über Zielgruppen, die es nur hier gibt. Das ganze Remarketing, Retargeting und alles ist hier versteckt. Versteckt, einfach aufgetröselt, ist es in die zwei Bereiche Produkte und Zielgruppen. Aber wir wissen, es gibt Optimierung für sichtbare Impressions. CPM, eigentlich VCPM wegen Viewable CPM. Aber für den allgemeinen Ansatz reicht jetzt hier CPM. Hier ist wichtig, ich habe alle meine alten Kampagnen natürlich noch laufen. Mit deutlich unter einem Euro. Das haben wir in den Amman News im Januar schon drin. Ich bezahle diesen 1 Euro Pflichtbeitrag halt einfach nicht, weil ich, als alles veröffentlicht wurde, Kampagnen angesetzt habe und nicht über den Euro gegangen bin, sondern so eine 33er, 67er und 87er Reihung gebaut habe. Ihr wisst das ja, Beat Korridore bin ich ein absoluter Fan von. Dann haben wir Optimierung zur Steigerung der Seitenbesuche und Conversions. Und ja, man setzt alle drei auf. Da bin ich meistens ganz, ganz hartnäckig und oder faul. Das könnt ihr nehmen, wie ihr möchtet. Aber schaltet alle drei. Habt natürlich im Hinterkopf, wie die jeweiligen Attributionen sind. Passt bitte auf, dass es hier andere Unterschiedsattributionen gibt nach Klick und Kauf. Und beim VCPM sowieso alles mitgemessen wird, noch in einem größeren Umfang als bei den Steigerungen der Seitenbesuche und Conversions. Trotzdem setzt es breit gefächert auf. Danach kommen wir natürlich auf Produktebene in die Kernbereiche Kategorie und Produktausrichtung. Das ist nichts Neues. Hier können wir eins zu eins die Sachen übernehmen. Kategorie Ausrichtung und Produktausrichtung aus Sponsored Products und Sponsored Brands. Deswegen ist natürlich eine Excel-Tabelle oder ein gutes Tool als Datengrundlage super, wo ihr aus einer und derselben Datenmenge drei und mehr Kampagnen aufsetzen könnt. Dann haben wir die Unterbereiche Weitervermarktung nach Aufrufen und Weitervermarktung nach Kauf. Auch die kann man im Bereich Kategorien, so wie früher schon aufgeführt, ausrichten und verfeinern. Hier ist es richtig, richtig spannend, weil da die meisten Updates auch immer wieder kommen. Und wir haben da Themen drin, wie beworbene Produkte oder ähnliche wie beworbene Produkte im Zusammenhang mit beworbenen Produkten. Und gekaufte Produkte. Das ist noch nicht da, aber 2022 könnt ihr euch darauf gefasst machen. Das kommt genauso, wie die Coupons kommen werden auf Wiederkäufer und noch viel, viel mehr. Da ist schon einiges angekündigt und soweit bekannt. Haben wir aber kurz ein Auge drauf bei Aufrufen. Ähnliche Produkte bei Kauf beworbene Produkte. Definitionen lesen ist immer ganz wichtig. Und das zeigt auch schon, warum man wiederum beides aufsetzen muss. Aufrufe und Nachkauf. Aufrufe, Käufer, die im von Ihnen gewählten Rückblick Zeitraum Produkte angesehen haben, also nur angesehen haben, die Ihren Produkten ähneln. Okay? Angeguckt. Deswegen auch Aufrufe. Optimieren auf Aufrufe. Und beim Kauf im Zusammenhang mit beworbenem Produkt. Käufer, die im von Ihnen gewählten Rückblick Zeitraum Produkte gekauft haben, die mit Ihrem beworbenen Produkt zusammenhängen oder dieses ergänzen. Wichtig zu sagen, also keine Ersatzprodukte, sondern tatsächlich Erweiterung und Ergänzung. Also zum Schlüpper die Socken und nicht Schlüpper statt Boxershorts. Okay? Einfach im Hinterkopf haben. Und dieser ominöse Rückblick Zeitraum, dieses Look-Back-Window, bitte auch aufpassen. Da gibt es zwei klare Unterschiede. Bei Aufrufen 7 bis 90 Tage in der Staffelung 14, 30, 60. Und beim Rückblick, Weitervermarktung nach Kauf, 7 bis 365. Hier sind noch 180 mit drin. Ja, und was macht man da? Natürlich 1, 2, 3, 4, 5. Weitervermarktung nach Aufruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weitervermarktung nach Kauf. Hier separiere ich dann meistens nicht, sondern ich setze wirklich auf. Zielgruppe, nehmen wir mal jetzt irgendwas. Lifestyle, umgezogen, Entschuldigung, Lebensereignis, umgezogen, letzten 6 Monate, Weitervermarktung nach Kauf. Und dann klickst du halt einfach hin, 7. Dann änderst du nur die Zahl auf 14. Dann aktualisiert sich es automatisch und du kannst den nächsten hinzufügen, den nächsten, den nächsten. Und dann hast du einfach alles drin. Wichtig dann im Bereich Amazon-Zielgruppen, wenn wir die dann gewählt haben. Hier gibt es Lifestyle-Interessengruppen, Lebensereignisse. Gut, da gibt es halt nur umgezogen 3 Monate und 6 Monate, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die In-Market-Segmente Europa-Deutschland. In den USA schon über 6.000. Ich habe hier mal die neuen Zahlen mit reingenommen. Da seht ihr mal so im letzten halben Jahr, es kommen halt immer wieder Sachen dazu. Ja, jetzt ist das ja recht viel und es ist auch ehrlich gesagt irgendwann kompliziert. Denken die meisten. Aber ist es nicht, meine Damen, meine Herren und alle innen da draußen. Auto-Kampagnen gibt es nur bei Sponsored Products. Keyword-Kampagnen gibt es nur bei Sponsored Products und Sponsored Brands. Super, kann man nämlich die Ansätze der Worte eins zu eins kopieren. Produktausrichtung sind ja nur Asins auf Asins. Ihr kennt eure Asins, ihr nehmt dieselben für Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display und schaltet auf dieselben Asins. Wir wollen ja einfach die komplette Werbewirksamkeit aller Werbeslots erreichen. Kategorieausrichtung gibt es auch in allen drei Bereichen. Also nichts ausdenken, einfach dieselben Ansätze verbreitert fahren. In Tisch mit einem oder zwei Beinen steht halt nicht so gut wie einer mit dreien. Zielgruppen Weitervermarktung nur im Sponsored Display Bereich. Hier gilt es auch feuerfrei, nicht aus Faulheit, sondern weil die Gold Nuggets je nach Branchenbereich unterschiedlich versteckt sind. Und jemand, der nun mal im Bereich Schmuck unterwegs ist, als Beispiel Armbänder, Halsketten, Fingerringe, Ohrringe, wird in jedem der Segmente andere Ergebnisse haben. Aber wir zeigen euch das im Januar in den Amma News natürlich. Dann Eigenschutz. Vergesst nicht eure Marke zu schützen. Worte mit eurer Marke. Einfach einen Amylize Chrome Extension öffnen. Und dann den Keyword Amylize anmachen. Eure Marke eingeben. Und ihr habt alle eure Worte. Eigenschutz Asens. Eure Asens auf eure Asens schalten. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu verlieren. Und Fremdmarkenangriffe. Natürlich ersetzt eure Marke durch eine andere. Ganz einfach. Alles wird dadurch einfacher. Ja, ansonsten noch mal kurz Hinweis. Amazon ist halt einfach. Wir brauchen doch nur wissen, welcher Artikel macht Umsatz. Weil hier können wir davon ausgehen, da ist Traffic drauf und da wird auch verkauft. Und da gucken wir uns natürlich an. Entweder, welche Austausch- und Ergänzungsprodukte können wir draufsetzen. Austauschprodukte ist schwer, weil da wird ja gekauft. Wie soll der jetzt abspringen? Hier haben wir mal einen Rasenmäher. Aber wenn ich Rasenmähermesser dazu habe oder ein Reinigungsset oder die Garage dazu, ETC, das ganze Zubehör, macht das natürlich Sinn. Das macht halt keinen Sinn, wenn ich auf eine Variante gehe, die einfach nicht verkauft wird. Das ist dann einfach ungünstig. Gucken wir, wo die verkauft werden. In dem Moment natürlich entweder Markenbote oder Mähroboter, Rasenroboter, Rasenmäher, Roboter, ETC. Und können wir uns noch Umsatz angucken. Und warum ist das hier so wichtig? Na genau, würden wir das Suchvolumen optimieren, landen wir im Schnitt bei 50%. Optimieren wir aber für Umsatzanteil, landen wir im Schnitt bei über 75% Umsatzanteil. Wir haben das schon mal veröffentlicht bei E-Tailment. Und ansonsten könnt ihr das bei uns im Tool natürlich sehen. Wer das nicht möchte, der nimmt einfach nur die Extension und ist sofort fertig. Ihr gebt eine beliebige Asien, entweder eure oder die irgendeines anderen ein. Und seht im Bereich Related Keywords sofort, zu welchen Worten der rankt. Hier natürlich ohne Umsatzanteil, aber das ist der einfachste Ansatz. Dann gibt es da einen kleinen Kopierknopf und ihr könnt sofort Gas geben, wenn ihr möchtet. Und auf der anderen Seite, wir kennen natürlich die Asiens. Und zwar alle, egal ob Serb, Bestsellerseite oder Produktdetailseite. Asien Extractor macht das Leben so einfach, dass du mit ganz wenigen Klicks sofort die Kampagnen aufsetzen kannst. Und fassen wir zusammen, wir kennen die Worte, wir kennen die Asiens. Damit haben wir das ganze Keyword- und Produkttargeting doch abgebildet. Was wollen wir noch? Macht es euch bitte nie zu kompliziert. Es reicht doch eine Autokampagne mit allen vier Bereichen. Ihr müsst sie nicht immer trennen, ihr könnt sie trennen. Hauptsache ihr dupliziert sie danach und setzt verschiedene Beat-Korridore auf. Also 33, 66, 69, 1, 27, 2, 58, 7, 83, 15, 20 bis 999 Euro. Könnt ihr euch ja bauen, wie ihr möchtet. Keyword-Kampagnen ist dasselbe Setting der Worte bei beiden. Wer möchte bei Sponsored Brands das Broad Plus noch nutzen? Ja, warum nicht? Und das Targeting, Produkte, Kategorien, Zielgruppen. Zielgruppen natürlich nur bei SD. Setzt es bitte auf, bitte. Und wenn ihr nur die 2 Cent hinterlegt, außer natürlich bei VCBM, der 1 Euro mittlerweile, macht es. Und denkt dabei bitte an folgenden Ansatz. Es geht immer darum, eure Zeit und den nötigen Aufwand zum möglichen Ertrag und euren Fähigkeiten anzupassen. Wenn ihr also wenig Zeit habt, dann wird euch das stressen. Der Aufwand ist eigentlich beim Setzen von PPC immer gleich. Nur wollt ihr es hochwissenschaftlich mit Messbarkeiten, dann braucht man feinere Strukturen. Wenn ihr die Zeit habt, macht es. Wenn nicht, lasst es. Und erhofft euch auch nicht, dass ihr Millionäre werdet oder dass sofort alles skaliert und sofort alles explodiert. Der mögliche Ertrag ist eingeschränkt. Verkaufst du einen am Tag, wirst du mit Werbung vielleicht einen mehr pro Woche verkaufen oder zwei mehr pro Woche. Bitte setzt das in die richtigen Relationen und eure Fähigkeiten müssen natürlich dazu passen. Ist es zu schwer für euch, dann setzt einfach nur 5 Tage die Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, immer nur eine Kampagne auf. Fangt mit den einfachen an, eine Autokampagne. Arbeitet euch in die schweren Bereiche rein. Fangt nicht sofort an mit Zielgruppen und Sponsordisplates. Wir haben natürlich ganz viele Videos dazu, die euch helfen, natürlich. Natürlich, trotzdem, plant das in euren Ablauf 2022 ein und fangt aber bitte einfach an. Und wenn ihr sagt, 5 Tage, jeden Tag was anlegen, möchte ich nicht. Gut, du wärst halt nach einem Monat fertig und hättest alles aufgesetzt. Dann nehmt jede Woche. Ein Jahr hat 52 Wochen und dann bist du nach einem Jahr auch fertig. Jeden Tag 1% verbessern, heißt am Ende, ja, du bist relativ schnell bei über 100% Verbesserung, nach einem Dritteljahr, sogar weniger. Und die anderen machen es nicht, sie schieben es vor sich her. Also nutzt diese Chance 2022. Es wird eher noch wieder etwas mehr Werbemittel geben, Werbeformate geben, die ihr dann wieder auslasst. Startet jetzt und wir haben natürlich unseren Kurs dafür, der euch da mit an die Hand nimmt, von Grundlagen, allgemeinen Erklärungen bis in die richtige Anlagedurchführung, Umsetzung. Klick bei Klick ohne wissenschaftlichen, nördigen Kelm-Quatsch hinten dran, sondern da geht es wirklich drum. Also der mittlere Part ist absolut nerdy, Kelm at its best, aber rechts, da gehen wir wirklich mit euch in die Werbekonsole und sagen, klick hier, schreib dort was hin, klick hier, vergiss nicht dort den Haken zu setzen. Hier schiebst du deine Asens rein, hier die Keywürde, so suchst du dir eine Kampagne, eine Zielgruppe aus. Also, keine Scheu davor, jetzt müsst ihr ran. 20, 22, es geht los. Das sollen die AMA News zu Amazon PPC für 2022 gewesen sein. Und natürlich, Kanal abonnieren, Glocke klicken und denkt dran, MLive's Browser Extension ist hier ein absolute Zeitersparnis. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie viele Stunden Lebenszeit wir euch damit sparen können im Advertising. Eine schöne Woche euch.